Hallo Susanne. Hallo. Wie geht's dir? Super. Ist es gelogen? Ja, so ein bisschen müde, aber sonst schon super. Meinst du, du brauchst Urlaub? Auf alle Fälle. Wenn du Urlaub machst, Berge oder Meer? Berge. Okay. Kaffee oder Tee? Sonst wurde doch immer gefragt Wein oder Bier, dann eben Tee. Wein oder Bier? Wein. Du bist hier im Bundestag Sprecherin für drei Dinge. Was denn? Für Arbeit und Mitbestimmung und verantwortlich für Arbeit, Soziales und Gesundheit. Okay. Was hast du vor dem Bundestag gemacht? Ich war Betriebsratsvorsitzende. Oh, dann kannst du vielleicht die Frage beantworten, wer der fieseste Arbeitgeber in Deutschland ist. Echt schwierig, weil es gibt einen Haufen fiese Arbeitgeber. Okay. Was ist das Dümmste, was du jemals im Bundestag gehört hast? Oh. Zu viel? Zu viel, ich glaube auch, ja. Okay. An wen hast du die letzte Nachricht geschrieben? An Jan Richter. Wer ist das und was hast du geschrieben? Das ist der Koordinator meines Arbeitskreises und es ging um den Antrag aus einem anderen Arbeitskreis. Okay. Wenn du Jan Richter fragen würdest, Aquarium oder Briefmarkensammlung, was würde der antworten? Keine. Aquarium. Okay. Was ist dein Lieblingsbuch? Ähm, ich lese gern Krimis von Schorlau. Okay. Danke, Susanne. Gerne. Ich lese gern Krimis von Schorlau. Okay. Ich lese gern Krimis von Schorlau. Okay.